Die Klinge sind gestoppt. Du bist knapp davor und bremsen. Ja, wenn wir uns reinfahren? Dann wären die so oder so. Und dann sind ihre Reifen auch kaputt. Explodieren? Dann explodieren die auch. Oh! Boom! Auba! Zum Glück, ich hab auch genug Geld auf dem Kante. Ich hab mich bis davor gebremst, dann ist der Miner schon fast in Explosion gegangen. Dann bin ich weitergegangen und das Ding hochgegangen. Das ist fast egal, ich hab Geld. Wer war das jetzt? Bormex und noch irgendwie.